Da ist mir mal gerade Wumpe. Ob wir da jetzt was verpasst haben. Ich habe keine Lust, dann durchs Wasser zu laufen und immer auf die Fresse zu kriegen. Und oben links sehen wir jetzt auch, wie sich da der Blitz gefüllt hat. Und wenn dieser Blitz voll ist, dann ist auch unser Schlag komplett aufgefüllt. War hier nicht irgendwo noch ein Buchstabe? Dann war der irgendwo anders. Aber auch an so einer Stelle. Die mag ich nicht. Weil die geben so viel Zeug her. Immer einen nach dem anderen rausholen. Nicht alle gleichzeitig. Das habe ich nämlich damals gerne gemacht. Nee. Da fand ich jetzt komisch, dass der wieder zurückgedüst ist, obwohl der mich gar nicht getroffen hat. Nee, hier war ein Feuerschwerd. Ach, Fick. Ah, ich will das immer mit... Oh, ich habe einen Vogel zerschlagen. Ich will das immer mit Dreieck wechseln. Frag mich nicht, warum. Und die wollte ich gerne früher immer kaputt machen, aber ich wusste nicht, wie. Aber ich glaube, man... Was habe ich denn jetzt gerade eingesammelt? Aber dieses Feuerschwerd ist auch mega komisch. Vor allem ist das so ein bisschen Ziel suchen. So ein bisschen. So, jetzt müsst ihr, glaube ich, gleich nochmal so an eine Stelle kommen. Komm her, du. Was? Das nenn ich mal. Ne? Was soll das denn sein, ey? Oh, da ist alles leer. Fand ich jetzt gerade ein bisschen doof. Könnt mich bei all die Drecksvögel. Mein Loch. Da. Okay, das U hätten wir jetzt auch schon. Vielleicht gehen wir alle Buchstaben. Das wäre natürlich sehr schön, im ersten Level direkt alle sein zu sammeln. Vor allem im Tutorial-Level, wo wir jetzt schon einmal gestorben sind. Yay, noch ein Leben. Das ist gar kein Leben. Sehe ich gerade. Das ist ein Lebensverlängerungsgedöns. Das ist ein dummes Item. Das hasse ich. So, und ganz wichtig jetzt gleich. Ist das schon hier? Oder später? Ah, das hätte ich jetzt nicht einsammeln sollen. Oh, nee, da oben ist noch einer. Komm her. Fram. Weil jetzt können wir nämlich mit ganz viel Geduld den Stein hier rumschmeißen. Hä? Jetzt, wie setzt man den nochmal ab? Okay, mit Quadrat. Und dann kann man den nach hinten schmeißen. Indem man nach hinten drückt und Quadraten. Gut gemacht! Ausgezeichnet! Wir werden dafür richtig schön gelobt. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das irgendwas so bringt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den einen hier jetzt noch kaputt schmeißen können. Nein, stopp nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die anderen noch kaputt machen müssen. Meine Füße mehr liegen bringen. Übrigens kalt. Ich sitze ja auch noch in Sportklamotten. Weil ich doch keine Lust hatte zu duschen. Ja, das gibt's auch. Aber ich werde mich dann gleich ins Wändchen legen. Nach dem Aufnehmen. Hehehe. So. War das jetzt hier alle? Ne, da sind noch welche. Die machen wir auch noch kaputt. Ich glaube, da bleibt immer vorne links der über. Muss ich mal nachher im Let's Play von Dennis gucken. Der immer vorne links. Das ist schon auffällig, dass immer vorne links der über bleibt. auf jeden Fall kommen wir jetzt den Stein hier, um hier hochzukommen. Und die Vögel wieder. Und die Vögel wieder. Okay, das L hätten wir auch schon. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall erst die Vögel beseitigen, sonst können wir hier nicht weitermachen. Weil sie uns immer auf die Fresse kriegen und dann... Wir müssen uns auch hier so'n bisschen hinstellen. Ja genau, wir müssen uns da hinstellen, damit wir nicht getroffen werden. Wart das jetzt? Ne, zwei Stück haben wir noch. Jetzt nur noch einen. Von dem kriege ich auch's Maul. So. Das müsste jetzt gewesen sein. Dann hoch geht es. Schwing-Action angesagt. Das Schöne ist aber, der tut es... Also... Den Abstand macht er sich selbst, wie weit er abspringen muss. Bis zumal muss halt nur sagen, dass der abspringen soll. Okay. Hier ist nochmal Action. Stampf-Action. Und das E hätten wir auch. Und der nächste Checkpoint. Jetzt geht's in den Wald. Also halbidyllisch. So waldmäßig, ne? Man kann ja teilweise auch Bäume hochklettern. Und teilweise sind dann in den Baumkronen Buchstaben. Und so ein Kram versteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier in dem Level war. Das ist auf jeden Fall Buchstabe gewesen. Und immer, wo diese Wege sind, da kann man dann hoch und runter laufen. Man kommt auch wieder zurück. Also, wenn man sich mal verläuft. Kommt man hier hoch? Nee. Hier kommt man auch nicht hoch. Vielleicht war das dann doch in dem anderen Level. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie wir da hinten hinkommen. Da ist eigentlich ein Weg. Hier gibt's einen Weg. Ah, da hab ich noch eine Münze vergessen. Hercules! Hätten wir alle Buchstaben? Mehr Münze hab ich, glaub ich, grad eingesammelt. Okay, einfach mal so ein langer Weg vor umsonst. Das ist auch nicht schlecht. Diese Ziegen hier, ne? Die ist auch voll niedlich. Dann ist der Turtle blut sich gerade im Sand. Okay. Vielleicht haben wir ja... Nee, wir haben gar nicht alles. Ich hab ein paar Münzen liegen lassen. Und das ist das End-Symbol fürs Level. Und wir trinken ein bisschen von unserer Herculade. So, gibt's jetzt eine Sequenz? Nee. Level-Abschluss-Screen. Ja, toll gemacht, Leiner! Kompliment! Ey, wir wirst in Nullkommanichts eine Legende sein! 98% Heldenstufe Champ! Yeah! Okay. 98% Münzen. Ja, sieht doch eigentlich richtig gut aus, ne? Genau. Glückwunsch! Du hast ein geheimes Passwort gefunden. Zum Weiterspielen drücke X zum Speichern drücke Start. Das ist... Eigentlich... Das hat sich gerade irgendwie komisch angehört. Ähm... Das ist eigentlich nur... Äh... Das Passwort für... Um in bestimmten Levels zu springen, glaube ich. Äh... Aber das brauchen wir ja jetzt nicht... Ja... Aber wir können ja mal Start drücken. Zum Speichern drücke Start. Den, 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 den. Mal gucken, was da auf der Memory Card drauf ist. Weil die gehört nicht mir. Die war bei den Playstations mit dabei, die ich gekauft habe. Wahrscheinlich ist sie voll. Ah. Speichert... Einen Block. Okay. Es ist ja schön, dass wir speichern können. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Dann können wir jetzt weiter zoggen. Der Helden-Parcours. Den haben wir eben gerade. Das war was anderes. Aber Helden-Parcours hört sich irgendwie noch mal genauso nach Dings an. Aber ich glaube, das ist jetzt das Selbstlauf-Ding, ne? So ein Scrolling-Level. Wo wir die Geschwindigkeit regulieren können. Ja. Ähm... Nein, 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 nein. Nicht doch, warte. Das muss er allein schaffen. Konzentration! Denk nach! Köpfchen! Köpfchen! Das passiert mir immer. Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Das Haar nehme ich gerne mit. Gelesen. Und... Ach, komm. Gibt Gas. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nein, ich bin am eh vorbeigelaufen. Oh, scheiße, Mann. Oh, die Vase. Da, die Vase. Äh, links, rechts, links, rechts. Okay. Oh, nein, Einstein. 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 Die deinen Namen trägt. Hier habe ich mich damals schwergetan. Habe ich jetzt immer noch. Nee, da bin ich nicht hoch. Aber ich möchte gerne diese kleine Herkules-Vigur haben. Okay, da ist eine Vase. Gäh. Die ich nicht bekommen habe. Also ein Held. Held, Held, Held. Merculade. Ach, danke schön. Rechts.